In diesem Video stelle ich dir das vertikale und horizontale Actionhalterungsset für die Insta360 GO3 und GO3S vor. Los geht's! Im Lieferumfang sind zwei Actionhalterungen für die GO3 und die GO3S enthalten. Dabei meine ich mit Actionhalterungen vor allem diese zwei abstehenden Teile mit dem Loch drinnen und es ist mit einer Schraube oder einem Stift an einer entsprechenden Halterung festzumachen. Soweit ich mich erinnern kann, hat GoPro diese Halterung damals eingeführt und da sich diese Art und Weise Actionkameras zu befestigen weit verbreitet hat, gibt es nun für jede Actionkamera diverses Zubehör, um eben diese Halterung zu nutzen. Insta360 hat für die GO3 und die GO3S hier keine Ausnahme gemacht, sondern eine Halterung entworfen, die genau für diese Kameras passt. In der mitgelieferten Gebrauchsanleitung steht auch noch der Hinweis drinnen, dass man diese Ausbuchtungen zur magnetischen Rückseite der Kamera zeigen lassen muss, damit die Kamera perfekt passt und sicher hält. Also immer schön darauf achten, dass die GO3 bzw. GO3S auch richtig eingesetzt wird. Es gibt eine horizontale und eine vertikale Halterung, je nachdem was man gerade braucht. Und wenn du dir überlegst auch die Haustier-Geschirrhalterung zu kaufen, dann kannst du dir das ruhig sparen, also das Actionhalterungsset, denn das ist im Lieferumfang der Haustier-Geschirrhalterung dabei. Das Actionhalterungsset gibt es übrigens um 12 Euro im Insta360 Online Shop, den Link dazu habe ich dir wie immer in der Videobeschreibung gegeben. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Video einen Daumen hoch und vergiss nicht meinen Kanal zu abonnieren, um keins meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, ciao!